So, und weiter geht's. Ups. Geht's auf. Mir geht das gerade mega gegen den Strich. Ich will eigentlich hier voll aufhören. Aber ich werde gezwungen von dem... Ups. Ich werde gezwungen von dem Spiel. Ich muss weiterspielen. So, die Frage will man jetzt als nächstes hin. Ja, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Licht. Ähm, wir sind bei Schaft 12. Ah, okay, wir gehen mal zu Sektion C. Geradeaus, geradeaus, bis es nicht mehr geradeaus geht. Dann rechts und dann wieder rechts. Immer... Ups. 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 Oh, okay, gut. Diesmal hat es sich selber geklärt. Ich kann sagen, sonst müsste ich jetzt wieder hart werden. Hm. Einfach mal schauen, was hier so am Boss ist. Und eine Tür. Die Tür wurde zugeschmeißt und wird sich nie wieder entfernen lassen. Nie wieder? Die haben wirklich eine Tür ins Spiel gemacht, die sich nie wieder öffnen lässt? Das klingt für mich nicht logisch. Wir sehen einen Hund in Sektion C. Sehr gut, da ist Sektion C schon angedeutet. Ich wollte gerade sagen, sag mal, dieser Hund müsste ja theoretisch... ähm, eigentlich total... beschiss... bescheuert sein, weil der... richtig trägt. Der dürfte ja eigentlich gar nichts mehr mitkriegen, der Hund. Aber okay. Echt? Wir haben keine Painkillers mehr. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon armes Schwein. Die Painkillers mehr. Ja. 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 Wir wollen nicht wieder zur Auffinerie, hören wir schon jetzt, ist langweilig da. Wir gehen jetzt zu Sektion C, weil wir es können. Ups, wir bleiben natürlich nicht am Stacheldraht reing, wir verletzen uns nicht am Stacheldraht. Oh oh, das ist eine Einwecktür. Bleib einfach zu gut. Und weil ich einfach mal Angst vor Runden habe, verbarikadier ich mal die Tür. Was geht denn hier ab, Leute, ich bluten gerade ein bisschen, das ist für mich alles gerade ein bisschen psycho hier. Zuge, wow, 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 was seid ihr denn? Ist das doch nicht etwa... Hallo Penumbra, haha. Äh, hallo Amnesia meine ich, haha. Okay, man kann sich auf jeden Fall nicht in euch verstecken. Sektion C. Ne, ich brauch nen Code. Hey, hey. Ein Schraubenzieher. Ein Bolzenschneider? Was zur Hölle? Tja. Ja, sowas nenne ich Erste-Hilfe-Kasten. Was ich komisch finde, oder was ein bisschen ironisch ist, ums mal so zu sagen. Ich war bis jetzt in wirklich, also ich war jetzt in drei Räumen. Und ich habe nichts erreicht. Ja, absolut gar nichts. Da haben wir nochmal ne Karte, ich schau nochmal kurz auf die Karte. Und, ähm, wenn ich jetzt in diesem Part hier keinen Dings mehr finde, keinen Speicherpunkt, dann, äh, dann lass ich's einfach. Habe ich echt keine Lust mehr. Okay, wir sind jetzt in Sektion C. Ähm, ja, das war's. Mehr Räume haben wir hier nicht. Wieso? Was ist das für ein Räumen? Ach, die Raffinerie. Und in Schaft 12 fahren wir. Ach, ich glaube wir waren noch nicht in Schaft 13. Ja, egal, wir probieren's mal. Vielleicht schaffen wir's ja noch in diesem Part hier hin. Ich glaube allerdings ja nicht. Ja, vielleicht hört ich mal ein bisschen Musik... Ja, entspa... Ich dachte gerade, der ganze Boden fehlt. Hm? Hm? Was bist du denn? Was für Ventile? Ach, die Ventile. Äh, mir scheint so, als müssten wir hier gleich jemanden vergasen. Doch, Mann. Aber mein Gott, ganz ehrlich, hier sind so viele. Und ich glaube... Ich... ...woll mich darf eigentlich töten. So, wir schauen jetzt mal, wo hier, äh... Wo jetzt geladen wird. Na, mal sehen und... Im Erste-Hilfe-Raum. Okay, gut. So. Ist was passiert? Nie, Bruder. Nicht wirklich. Was? Könnt man ja erstmal locker mal einen vergasen. Ja, klar. Aber wie mach man das? Ob ich noch mal deinen Hund drin zu locken? Das ist im Kürzke. Hallo? Ne, ist jetzt nicht wirklich zu blöde und zu folgen, oder? Doch, ist er. Ich könnte mich auch hinten an den Rand schleichen, wenn ich ihn erstmal töte. Jetzt. Wieso denn... Wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn bitte die Tür in dieser Lichtgeschwindigkeit zukriegen? Ich probiere das jetzt noch einmal und dann, äh... ...spiele ich mal weiter, sozusagen. Hups. Mal kurz umgesetzt. Ach. Vielleicht... ...können wir ihn ja denn, äh... ...einfach so rein... Ach. Wisst ihr was? Machen einfach fucking nid. Wir schleichen jetzt hinten an den Rand... ...und kloppen den Tod. Hm. Also Och, das darf doch jetzt nicht wahr sein Was zum Das kann doch schon wieder nicht wahr sein, oder? Also, momentan habe ich es echt Ich glaube, irgendwie funktioniert es mit meiner Maus Stimmt das gerade extrem nicht Was ist ja kaum zu merken, oder? Ähm, ich probiere einfach mal Ich mache dann den nächsten Part, weil der hier ist gleich abgelaufen Und dann würde ich ja sehen, was ich davon habe Ich habe ja eigentlich im Prinzip her Habe ich ja überhaupt nichts erreicht Ähm Von da aus Das ist ja jetzt eigentlich auch egal Wenn da die Tür ist offen Habe ich jetzt da schon drin, oder? Oh Okay, hier haben wir angefangen War ja eigentlich auch am naheliegendsten Schaft 13 zuerst zu nehmen, oder? Nicht für mich Komm, mach hinne Komm Komm Komm, dreh nicht durch Ups Na was denn? So aufgeflackert Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt Ob ihr das sehen konntet Egal Ich kann doch mal weitergehen Schaft 13 wäre denn Die Richtung Also, gehen wir mal hier lang Oh Super, ein Raum mit nichts Ja, ist ja gut, ich hab's ja schon gesehen, bevor du's gesehen hast Okay, hier waren wir eben Hier wollten wir eben den Hund töten Das hat ja irgendwie nicht geklappt Und dann werden wir sehen, was hier passiert Und zwar erst im Was, 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 laberstuh Junge, was, laberstuh Dann werden wir sehen, was im nächsten Part passiert Hier so und so und Bis dann